Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich heute und zwar, wir sind im Moment auf dem Stand der IAA und zwar auf dem Stand der Firma Kögel, an meiner Seite Herr Humbauer. Herr Humbauer, herzlich willkommen in Hannover. Danke. Herr Humbauer, ich habe eine Frage und zwar, ich sage es mal, Sie haben Ihnen jetzt die Firma Kögel übernommen. Ich frage mal so, in schweren, turbulenten Zeiten greifen Sie zu einem Unternehmen. Wie geht das an? Man wird frei. Ja, wie Sie es erkannt haben in der schweren Zeit, der Trailermarkt war damals 90 Prozent, teilweise im Minus, europaweit vor allem. Und da gab es ein Unternehmen und zwar den Kögel, ein benachbartes Unternehmen aus unserer Augsburger Ecke. Und da haben wir natürlich, da haben wir auch Trailerspezifische.